Ok, es ist gut, ich heig nie wieder, ich komme nicht mit dem Fernsehen. Ich bin wieder bei euch. Ok, ähm... Vielleicht noch mal zu den ganzen Fernseh-Geschichten. Es war für mich ein spezielles Jahr. Ich weiss mich durch, ich passe überhaupt nicht in der Terren. Weisst du ja. Ich weiss ja, was hätte ich gehabt. Aber, ähm, ja, so effekt. Irgendjemand, ein paar Leute in Deutschschweiz, mehrmals vielleicht hätte ich sehen, oder mal meine Stimme hätte ich hören können. Ich bin gespannt, aber sonst irgendwo noch etwas weiter aussen spielen, als einfach im grossen Kanton. Aber, äh, es war ganz speziell, aber ich würde es nicht mehr machen. Ok, jetzt sind wir hier. Moment, kein Stress, kein Panik. Wirst du mir noch auszutzen. Nein, nicht zu gross. Das ist jetzt... Mundar-Band Ralph und Bernstein. Ähm, mit Songs aus meinem Leben. Das ist übrigens der Loben. Er ist... Normalerweise haben wir ihn angekündigt, heute haben wir ihn noch mal frei gelassen, wenn wir ihn so nicht mehr nehmen, dann nehmen wir ihn wieder an. Ok. Als nächstes singen wir den Song für euch. Seinsucht. Seinsucht. Da ist Seinsucht. Oh, wir sind immer gut. Wir sind immer gut. Ja, wir sind immer gut. Oh, wir sind immer gut. Oh, wir sind immer gut. Ja, wir sind immer gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020